warte mal komm nicht hoch bruder komm mal kurz zu dir was ist los du bist mein lieblingsfin alter ja alle lieblingsfin wie wäre es wenn ich dir mein fortnite account den wo ich jetzt drauf gezockt habe gerade mit smartcranking gleiter mit dem miese mara dörren spitzhackern mit season 2 battle class mit renegade raider und so weiter und so fort dir gebe ich werde dich jetzt pickaxen ich werde dich jetzt pickaxen komm her ja ja dieses video mit dem ringfinger zu liken und kann damit einer von drei glücklichen personen sein die jeden tag von mir ausgesucht werden um sich irgendein item aus dem item shop kostenlos zu reservieren und mit mir ein paar runden squat zu spielen freunde wollt ihr eine person sein die einer dieser drei personen sind und sowas geschenkt bekommen dann hört jetzt gut zu und zwar müsst ich möchte nichts weiter machen außer diese ganz kleine challenge und zwar leute erstens ihr müsst einfach nur mit dem ringfinger das ist der finger neben den kleinen finger freunde mit dem finger müsst ihr in den nächsten drei sekunden das video liken und zwar habt ihr jetzt noch 3 2 1 wer es geschafft hat das video mit dem ringfinger zu liken darfst du oft der wild sein epic nam in die kommentare schreiben desto öfter muss ich ehrlich sagen desto höher ist auch die gewinn chance dass ich das nur mal sehe und euch aussuche und ja wie gesagt das geht es zum gewinnspiel schreibt so oft es geht euren epic nam rein und liked das video wenn wir die 3500 likes innerhalb der ersten 24 stunden knacken freunde habt ihr wie gesagt die chance dass das ganze mache wenn wir das ganze tag nicht schaffen dann probieren wir es im nächsten video nochmal jetzt wünsche ich euch auf jeden fall mega viel spaß mit dem übelst geilen video leute ist auf jeden fall mega geil geworden und im heutigen video werden wir einfach mal zusammen eine runde random duo spielen und zwar suchen wir so lange bis wir jemanden finden der unsere sprache also die deutsche sprache spricht außerdem freunde werden wir nicht ganz normal random duo spielen sondern mit meinem renegade raider und natürlich der passenden spitzhacke dazu diesen account verlose ich freunde wenn ihr diesen account haben wollt müsst ihr einfach nur den support creator code youtube unterstrich avis in den item shop reinpacken und wenn wir die 3000 support creator knacken schenke ich einer von euch diesen account hier also für immer das heißt ihr könnt die merchen aktuell sind wir bei der hälfte fast angelangt ca bei 1400 was auf jeden fall sehr sehr krank ist aber bis dahin also bis wir die 3000 supporter creator knacken wird es noch ein langer weg zudem habe ich mir einfach überlegt dass ich dann diesen account worauf ich hier heute zocke für 24 stunden an einen von euch raushaut die das gerade sehen und zwar leute habe ich hier gerade mein instagram mal eingeblendet für die leute die mir auf instagram die drei zahlen also es werden im video drei zahlen egal wo es könnte mitte ende gleich schon sein drei zahlen auftauchen und wer mir diese drei zahlen auf instagram schreibt der kann die person sein die diesen account für einen tag zocken darf freunde den renegade raider den season 2 battle pass den mako engel gleiter wir haben hier alles am start freunde deswegen gönnt euch das ganze schaut das video komplett gönnt euch die zahlen und jetzt geht es auch direkt los in random hallo hallo schon wieder keiner da hallo 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 alles klar ja bist du deutsch na kannst du deutsch sprechen ja sag mal was weil ich glaube du bist ein bisschen leiser sag mal nochmal was hallo hallo jetzt höre ich dich perfekt wie geht es dir alles klar bei dir ja bei dir auch bruder korrekt digga endlich mal jemanden random doos zu treffen der auch die gleiche sprache spricht alles klar bei dir woher kommst du österreich österreich schönes land digga ja geht wohin wollen wir wollen wir hochdeutsch sprechen oder hochdeutsch kannst du ja kann ich easy bruder lass mal fußballstadion dann kannst du eigentlich auch gerne hochdeutsch sprechen klar bist du gut wer ich fragen darf äh geht ja eigentlich schon dann kannst du mich direkt durch Kevin alter ich bin so ein noob auch du hast dein lieblings skin oder ja hast du lieblings skin äh nein ich hab keinen also doch ich hab eigentlich schon ein lieblings skin äh Mise Maragarin weißt was es ist ja aber ich hab halt keine skins so deswegen okay hast du irgendwie youtuber oder so die du schaust äh äh ja eigentlich schon miki tv kennst du miki tv wendig wendig wie ein dax was der wendig der ist ja wendig ey ich werd gepickaxed ah nein nein komm 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 ich komm zu dir ich komm zu dir bitte steht nicht wir sind ein mate er ist da kill die banane banane komm den holen wir uns der ist irgendwo hauen wir noch hin hab ihn stark sehr sehr gut nein er hat uns gedowned digga er hat 30 komm nicht hoch bruder komm mal kurz zu dir no way digga hör auf was ist los digga du bist mein lieblings skin alter du hast ich bin dein lieblings skin ja miese ma digga und zwar dein ideal warte 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 zeig mir deine ptex oh mein god i can away genau das ist nur ein skin digga warte ma warte ma warte ma hast du kein skin nein du bist speaking chinese bleib mal stehen chinese bleib mal stehen stehen bleiben dass man meine schwester nein ich wurde geholt wir können gerne was machen wenn du bock hast ich habe eine idee du hast kein skin meintest du ja oder oder hast du okay du sagst du hast keine skins wie wäre es nur als angebot für dich du sagst ja der lieblings skin von der miese marodeurin oder nicht wie wäre es wie wäre es wenn ich dir mein fordner kommt den wo ich jetzt darauf gezockt habe gerade mit smar krengleiter mit dem miese marodeurin spitzhacken mit diesen zwei betten fast mit renegade raider und so weiter und so fort dir gebe hättest du bock drauf für 24 stunden ist ein account einfach so bruder direkt sagst du ja dann nicht so schnell nicht so schnell dann musst du mich jetzt in einem 1 gegen 1 besiegen wir machen bestes wie wenn du als erstes zwei runden gewinnst ist der account für 24 stunden deiner wenn ich aber gewinne wenn ich aber gewinne bekommst du gar nichts und du musst mir auch natürlich nichts geben ist das ein angebot ich würde sagen direkt auf zum kreativ zentrum du findest da in deinem raum sozusagen ein paar truhen öffne mal eine truhe dann findest du dann eine blaue pump und eine blaue mp du kannst dann beide spielen wenn du nur eine sache von dem spiel möchtest ist auch ok und ja dann nimm dir die beiden sachen mit sortier dein inventar wie du möchtest und ich würde sagen digga ich glaube kennst du die 1 gegen 1 jährigen oder soll ich kurz sagen wie wir es machen ich glaube ich kenne sie also man macht so und dann aufbauen editieren und dann das mal lieber machen was soll ich mir auch mal ein picke was ich das mal machen ich zeig dir ganz kurz und zwar wir bauen beide mit holz ja wir machen so guck jetzt schon mal kurz nein du musst hier durchs tor dann durchlaufen bei mir dann also ich mache hier gleich so ein tor rein und dann läufst du da durch und dann also also du baust hier und ich baue da hinten genau so ich zeig dir mal bleibt mal kurz stehen und zack 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 und dann lauf ich hier durch und dann mach ich kurz soo und dann lauf ich hier durch und dann mach ich kurz soo schon weißt du uuuuh digga du kannst nicht kurz bauen pass auf dass ich dich nicht auszusehen treffe so ich bin da runtergefallen bleib mal kurz stehen do you speak in chinese bro? ja chinese ok bruder digga dein skin digga das ist absolut krass bist du bereit? ich wollte digga ja ja ok let's go ja naja eine treppe by the way nach oben vergiss nicht du kannst hier den renegade raider account gewinnen digga ich gib alles wo bist du? über dir bro wow das war schonmal mieser L2 obwohl ich Tastatom aus spiele soo wir machen ohne runterschießen oder? ah ok was ich hab Heizung gegen Renegade digga oh mein Gott digga oh oh mein Gott hör auf wie viel HP hast du? das ist illegal was du machst 35 wow was ein guter edit nein seit wann spielst du fort dann nochmal? du meintest ja CS7 äh ja CS7 krass digga ok gg auf jeden fall ich hab halt äh das mit dem bearbeiten gemacht wie ähm wie heißt der wie Kamo äh äh Kamo achso der PS4 Pro ne? ja ja ok krass digga weil ich hab schon gesagt der edit war gar nicht schlecht digga war schon nicht schlecht ok vergiss nicht wenn ich jetzt noch eine Runde gewinnen sollte ja? dann habe ich gewonnen und da hast du keine Chance mehr auf diesem renegade raider account für einen Tag zu zocken ok bist du bereit digga? ja warte bist du bereit? ja mach das ruhig auf ok ich würde sagen wir fangen an in 3 2 1 und ah prank digga ok bist du bereit? ja go nein doch nicht let's go digga ok du musst jetzt diese Runde gewinnen immer ok ca ja es dead geht nein oh mein gott no way Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Nein Oh mein Gott Was Oh mein Gott Holy shit Digga Oh mein Gott Digga Alter nein 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 Digga Oh mein Gott Digga So kurz Spiel mal neu gestartet Teil mal bei oben Wo muss ich hin? Mein Freund du musst hier Ach so da bist du Ja ich hab's Bruder Willst du diesmal mal auf editieren? Machen wir nochmal so Okay sag wenn du bereit bist Ah Er lernt das zu Okay Okay Drei Zwei Drei 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Du hast den high gone Oh mein Gott Auf einmal spielst du viel besser Kann es sein dass du dich die ganze Zeit nur getrollt hast Ich hoffe mal nicht Digga Nee Nee Oh mein Gott du hast so Glück Du bist runtergefahren Du bist runtergefahren Moment Digga Du wirst niemals diese Runde gehen Du wirst niemals diese Runde gehen Uuuuuuu Ja Nein Oh mein Gott Digga Alles gut Digga 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 Ich werde dich jetzt pickaxen Ich werde dich jetzt pickaxen Komm her Ja 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 Du bist so ein Spass Alter Blut 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 folgende Und Momentan ist es halt nur mal eben so Dass wirklich sehr sehr viele Leute einfach random du spielen Weil es größere bekannte youtuber wie zb wie er in diesem video auch genannt hat Miki tv und so weiter hat diesen skin spielen und als er gehört hat das ich diesen skin ihn zur Verfügung stellen würde wenn er mich in einem 1 gegen 1 besiegen würde Freunde, ist er einfach komplett ausgerastet und hat einfach gedacht, er wird jetzt mich easy ziehen. Persönlich denke ich einfach mal nicht, dass er wirklich seit der Season 7 spielt, beziehungsweise ein Nosekin ist, da er persönlich schon ziemlich gut war und an manchen Stellen einfach viel zu gut war für einen Nosekin, Freunde. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, denkt ihr, es war ein ganz normaler Nosekin, Freunde, oder er hat sich nur als Nosekin verkleidet und wollte einfach mich sozusagen ein bisschen rippen oder sozusagen einfach meinen Account sneaken, beziehungsweise auch von anderen Leuten, Freunde. Denn das war ja wie gesagt Random Duos. Von daher, Leute, wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, teilt das Video mit euren Freunden. Wäre auf jeden Fall unnormal korrekt von euch und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich mal diese 1 gegen 1 Map hier mit euch zocke, Freunde, dann schreibt einfach mal 1v1 und dahinter euren Epic-Namen in die Kommentare und ich werde vielleicht mal 1, 2 Personen von euch adden, sodass wir zusammen 1 gegen 1 oder so machen können. Wäre bestimmt mega geil, Leute. Ich würde sagen, vergisst wie gesagt auch nicht, das Video zu teilen mit euren Freunden, denn wer das Video teilt, ist ein Ehrenmann, Freunde und ich schaue mir auf jeden Fall mal an, wie viele Leute das Video insgesamt geteilt haben. Damit wir auf jeden Fall sehen können, wie stark wir die Community sind und eure Freunde werden sich bestimmt auch danken, wenn ihr ihnen so coole Fortab-Videos zeigt, damit die sich auch mal totlachen können, Freunde. Weil Lachen ist gesund und ihr wisst, Karma trifft immer ein. Wenn ihr mich unterstützt, wird eines Tages euch jemanden unterstützen und zwar mit dem Doppelten. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Haut da rein. Ich bin's, Abwies, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vergisst nicht, der beste Skin ist und bleibt der Renegade Raider. Ich bin's, Abwies. Ich bin's, Abwies. Ich bin's, Abwies. Ich bin's, Abwies.